Breite Bauern, kiffende Kaufleute, Mönche mit Munchies. War das Mittelalter eine High Society? Cannabiskonsum und die Geschichte des Hanf aus archäologischer Sicht heute hier in unserem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Julian Decker von der Grabungsfirma in Terra Veritas aus Bamberg und Weiden. Ja, es gibt ja immer wieder die Behauptung, Cannabiskonsum, wer quasi durch die ganze Menschheitsgeschichte würde sich so durchziehen. Und ich erinnere mich besonders dran, als ich vor 15 Jahren mal im Freilandmuseum Bad Winsheim einen Vortrag gehalten habe bei diesen Mittelalter-Tagen, wo dann eine Mutter kam, die offensichtlich einen Sohn daheim hatte, der sehr oft und sehr gerne diesen Teil des Mittelalters nachgespielt hat und der eben offensichtlich behauptet hat, ja, nee, im Mittelalter haben eh alle immer gekifft. Und das zieht sich eigentlich durch und das haben dann erst die Nazis verboten und deswegen sollte es ja eh alles anders sein. Und wir sprechen ja auch gerade im Augenblick über eine Re-Legalisierung von Cannabis und Cannabis-Produkten. Das ist eigentlich eine alte Anekdote, die mir persönlich relativ wurscht war. Jetzt bin ich über die Weihnachtspause über einen sehr, sehr schönen Artikel gestolpert, der auch jetzt hier in diesem Video da mal kurz angesprochen wird und habe mich dann einfach mal mit der Frage beschäftigt, so, ja, was ist denn jetzt eigentlich an dieser Idee dran? Also wer hat denn, haben die Leute irgendwie Cannabis konsumiert? So und wenn ja, wie und wo kommt das ganze Zeug überhaupt her? Schauen wir uns das doch mal an. Wie kann man es denn archäologisch bewerten? Welche Quellen haben wir denn dazu? Aber wie immer zuerst die Basics. So, das heißt, wir haben eine Pflanze, die wir heute Hanf nennen, die irgendwo ja mal zuerst als Wildform aufgetaucht sein muss. Das Lustige ist, man kann es so genau nicht eingrenzen, wo die jetzt herkommt. Sehr wahrscheinlich ist es irgendwo im zentralasiatischen Raum. Das Problem ist, sowas wird ja dann eher epigenetisch nachvollzogen werden, aber diese Lümmel kreuzen sich ständig gegenseitig hin und her, also der Zuchthanf und der wilde Hanf. Und es ist alles so dermaßen vermischt, dass man nicht mehr so wirklich sagen kann, wo ist denn jetzt hier die originäre Quelle? Das ist jetzt mal ganz grob genetisch runtergebrochen. Ihr wisst alle, ich bin kein Genetiker. Und wie gesagt, die Ursprungsregion ist sehr wahrscheinlich irgendwo zwischen Kaukasus und Westchina. Und da vor allem wahrscheinlich in diesen gewässerreichen Bereichen von Zentralasien. Bei den Wildpflanzen ist das Cannabinol, das heißt der Stoff, der eben dann für gute Laune sorgt, ist da sehr, sehr niedrig. Das heißt, wenn man jetzt Hanfpflanzen irgendwo findet, keine Ahnung, verwilderte Pflanzen, die eben höhere THC-Werte haben, zeigt uns das eben schon mal an, okay, hat schon mal jemand irgendwie eine Zucht betrieben. Und wann, wo und wie eben diese Hanfpflanzen so gezüchtet wurden, um höhere THC-Werte zu bilden, ist eben auch genauso unklar. Weil wir könnten, wenn wir schon nicht wissen, wo das Ursprungsgebiet ist, wer fängt denn jetzt an irgendwie und macht dann höhere THC-Gehalte? Gibt es eine Theorie dazu, müsst ihr dann aber bitte selber den Artikel anschauen. So, jetzt haben wir dann natürlich auch Schriftquellen dazu, die uns da hoffentlich ein wenig erhellen können. Und soweit ich weiß, der älteste schriftliche Hinweis auf die Cannabis-Verwendung zur geistigen Umnachtung kommt von Herodot aus den Historien, die so circa 430 vor Christus rum geschrieben werden. Da schreibt er, also alle Altphilologen bitte rechte Spalte lesen, alle anderen links. Im fünften Buch Vers 75 Die Sküten nehmen die Hanfsamen und kriechen in die Fellhütten. Dann schmeißen sie die Hanfsamen auf rotglühende Steine und verbrennen diese wie Weihrauch. Sie produzieren einen Dampf so dicht, dass kein Dampfbad in Griechenland diesen übertrifft. Die Sküten sind entzückt vom Dampfbad und heulen wie die Wölfe. Das heißt, wir haben irgendwie so einen THC-Aufguss in der Sauna. Also es gibt so diese Schwitzhütten, gibt es und sowas, kennen wir alles. Jetzt ist halt die Frage, soweit ich jetzt weiß, und ich habe mich ja auch mal experimentell mit dem Thema auseinandergesetzt, bringen die Samen gar nichts? Also es ist schon lange her, vielleicht habe ich es auch einfach falsch angefangen, aber soweit ich weiß, bringen die Samen, wenn ich die verbrenne, gar nichts. Sondern wenn, dann brauche ich andere Pflanzenteile dazu, aber okay. Jetzt ist da, also man kann man, also dass die dann, wenn ich diese Samen verbrenne, irgendwie, dass die dann Rauch erzeugen, glaube ich schon, aber ob die dann auch einen Rausch erzeugen, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war da der Herodot auch selber so ein bisschen, ja, unerfahren und hat sich vielleicht gedacht, ne, die Blüten werden sie ja wohl kaum drauf schmeißen. Jetzt gibt es aber auch andere Hinweise noch im Südaltai-Gebirge, also so 1300 Kilometer weg von unseren Skütenfreunden, in der, oh Gott, Patsirik, Patsirik-Kultur, so circa 500 vor Christus auch, also alles so ungefähr selbe Zeitstellung, gibt es einen kleinen hölzeren Zeltrahmen, der in so einem Kurgan mitbestattet wurde und in dem sind unter anderem immer auch so Kupferbehälter mit Steinen und verbrannten Hanfsamen. Das heißt also, die Idee von Herodot ist vielleicht gar nicht so falsch und wie gesagt, das eine sind eben, ne, diese Südaltai-Patsirik-Kultur und das andere sind die Sküten. Ähm, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, wir haben aber tatsächlich einen direkten archäologischen Nachweis vom Verbrennen von Hanf zur Steigerung der, oder Dämpfung der Wahrnehmung, kann man jetzt überlegen. Und zwar haben wir das Pamir-Gebirge in Zentralasien, also auch da, wo vermutlich der Urhanf herkommt. Das liegt so auf dem Grenzgebiet zwischen China, Tatschikistan und Afghanistan. Und da haben wir ein ganz, ganz wirklich sehr interessantes Gräberfeld. Das, aber das ist eine Kultur, da kenne ich mich zu wenig aus, deswegen erwarte bitte nicht, dass ich ein Video zumache. Ich fand es bloß selber sehr, sehr schön. Da haben wir eben einen Höhenrücken und auf der Spornlage dieses Höhenrückens dann eben ein Gräberfeld. Das ist hier Zone B. Da haben wir eben mehrere Kreisgrabenanlagen mit so Grabhügeln dabei. Und von diesen Kreisgrabenanlagen, Grabhügelkonstrukten weg geht eben in Südwest- und Ostrichtung so Streifen. Und man sieht es ja auf der rechten Seite, das ist jetzt kein Schattenwurf, sondern das sind so Streifen, die wirklich aus, einen Streifen schwarze Kiesel, einen Streifen weiße Kiesel und so weiter und so weiter. Und das sind nicht einfach nur Streifen, die keine Ahnung, wie so eine Hufeinfahrt irgendwie gekiesst sind für diese Grabhügel, sondern unten drunter sind auch Bestattungen dazu. Und diese ganzen Streifen führen eben auf diese, ja ich nenne es jetzt mal Tumuli, also diese Grabhügel halt hin. Jetzt sehen wir hier auf dem nächsten Bild nochmal ein Luftbild, da sieht man auch diese Streifen ganz, ganz toll. Also schaut aus dem Luftbild würde man sagen, es ist ein Spargelfeld. Und dieser Friedhof datiert eben auch so ungefähr 500 für Christus. Also wir bewegen schon uns irgendwo in diesem Zeitrahmen, den auch Herodot meint und so weiter und wo wir dann eben auch unsere Allteilkultur eben auch haben. Und auf dem Luftbild sind rot benummert diese ganzen Grabhügel und auf dem unteren Teil von unserer Abbildung sehen wir so, ja, hölzerne Kästchen, so oder aus Balken rausgeschnitzte Schüsselchen, die eben zum Teil Kiesel beinhaltet haben und die stammen aus acht Grabhügeln und in diesen acht Grabhügeln waren dann insgesamt zehn Räucherschalen eben mit diesen verbrannten Kieseln eben beinhaltet. Und was macht man jetzt mit dieser Information? Es sind jetzt erst einmal einfach nur, naja, thermisch überprägte Kiesel in einer Holzschale, so bam. Die haben diese, also das ist ganz toller, ganz toller Vorgang irgendwie, ich habe es jetzt eigentlich anders aufgeschrieben, ist mir jetzt egal. Die haben quasi Proben genommen von der Innenseite, da wo eben der verbrannte Kram drin war von diesen Räucherschalen, dann noch eine Kontrollnummer von der Außenseite von diesen Schalen und von der Steinoberfläche eben auch, haben das dann in den Gaschromatografen reingemacht und haben festgestellt so, oh, da sind ja Cannabis-Reste dran und zwar, ich komme es gleich, CBN, genau, CBN ist ein Abbrauprodukt von eben THC, wenn es zum Beispiel verbrannt wird. Also wenn ich quasi die psychoaktive Substanz verbrenne, also das THC verbrennen, wird eben CBN draus und das haben sie da eben gefunden und sie haben das dann auch noch verglichen mit anderen eben, ja, THC-Funden aus GIG, GIG in Indien, das allerdings deutlich älter ist, mit 97 bis 620 vor Christus, also so ungefähr 100 Jahre älter ist und eben anhand dieser CBN-Mengen kann man dann eben auf den THC-Gehalt schließen und deswegen davon ausgehen, dass es da eben ein gezüchteter Hanf ist. Das heißt, wir haben ungefähr 500 vor Christus, haben einen Nachweis, es gibt gezüchteten Hanf und zwar einer, der auf THC gezüchtet wurde und nicht auf bessere Faserqualität oder schneller Wuchs oder Dürreresistenz oder sonst irgendwas, sondern der ist offensichtlich auf THC-Gehalt gezüchtet worden. Das heißt, wir haben zumindest im 5. Jahrhundert vor Christus schon mal eine rituelle Verwendung von Hanf bei Bestattungen oder Totenfeiern oder was auch immer da stattgefunden hat. Das heißt, diese Pflanze wird da schon benutzt, eben in einem rituellen Zusammenhang, um eben eine, wie soll man sagen, ja, Geisteszustandsveränderung herbeizuführen. So, wie kommt jetzt das ganze Ding nach Europa? Da gibt es zwei Theorien. Das eine ist, ich habe das hier mal ganz simpel, das ist ein alter Schulatlas von mir und zwar dann da mit roten Linien und mit blauen Linien die beiden Hypothesen markatiert und zwar die rote Linie. Wir haben ja auf der Krim sitzen die Sküten zu dem Zeitpunkt und wer sitzt auch noch auf der Krim? Richtig, unsere Griechen, wir alle erinnern uns noch drum, wie die Frösche um den Gartenteich und eben über diese Kontaktzone zwischen Sküten und Griechen von der Krim über Griechenland verbreitet sich das dann eben an alle griechischen Kolonien und damit dann eben auch über Italien dann mit den Römern nach Frankreich, nach Zentraleuropa und von da aus dann eben immer weiter. Die andere Theorie ist, dass es eben erst mal mit den Griechen und der Krim gar nichts zu tun hat, sondern eben über dieses Elbrustgebirge über Persien dann eben nach Anatolien und so weiter und dann eben bis da halt dann nach Griechenland und von da aus geht dann der Weg schon gleich weiter. Die knicken vorher halt noch einmal nach Ägypten ab. Sei es drum, irgendwann kommt dann eben der Hanf in Europa oder im Mittelmeerraum eben an und das Lustige ist, ich habe jetzt dann, ich war eigentlich schon fertig mit dem ganzen Vortrag, habe dann noch was anderes gelesen und bin zufällig über den anderen Tickel gestolpert, wo eben jemand eine Pollenanalyse von Seeufern in der Nähe von Rom gemacht hat und da hatten sie Hanfpollen drin, die auf circa 1000 vor Christus datieren. So, das ist aber doof, jetzt sind wir 500 Jahre älter als da, wo wir eigentlich gesagt haben, dass der Hanf doch eigentlich ganz woanders herkommt. Das Problem ist, diese Pflanzen verbreiten sich halt auch natürlich und das war es, also sie konnten es selber auch nicht sagen, sondern es ist, vermutlich sind eben diese Hanfpollen, die 1000 vor Christus da eben an den Seeufern in der Nähe von Rom wachsen, natürlichen Ursprungs. Sicher kann man aber sagen, dass im ersten Jahrhundert nach Christus ein sehr durchprofessionalisierter Hanfanbau von den Römern eben da in der Nähe von Rom stattgefunden hat, um dann eben Seile herzustellen, Segeltuch herzustellen, Stoffe herzustellen. So, wie wird die Pflanze eben auch noch verwendet, außer eben Tücher und Seile herzustellen oder sich rituell irgendwie in Zentralasien, keine Ahnung, der Oma zum Todestag zu gratulieren? Die Faserpflanze findet sich zum Beispiel dann in Dänemark ab dem vierten Jahrhundert nach Christus wieder. In der Medizin gibt es dann auch Verwendung eben für den Hanf, da haben wir eben in der Spätantike dann Arzneibücher oder eben Rezeptbücher für Medikamente, da gibt es unter anderem den Pedainios Dioscurides, der so 50 nach Christus unter anderem auch Rezepte mit Hanf drin hat oder der Herr Galen, haben wir alle schon mal gehört, zweite Hälfte, zweites Jahrhundert, da gibt es einen ganzen Schwung, muss ich jetzt nicht alles aufhören, kann man auch sehr leicht selber googeln, bei Wikipedia gibt es dann auch Links zu allem Möglichen und da bin ich jetzt besonders stolz drauf, diese schicke Abbildung, weil das hat mich ungefähr drei Stunden Lebenszeit gekostet und einen halben Nervenzusammenbruch, denn es handelt sich hierbei um das Lorscher Arzneibuch, das entsteht so um 800 und offiziell heißt es heute das Lorscher Arzneibuch, deswegen stelle ich es auch so vor, ursprünglich hieß es das Bamberger Arzneibuch. Kommt auch aus Lorsch, war aber halt in Bamberg zuerst katalogisiert und deswegen bleiben wir dabei, es ist eigentlich das Bamberger Arzneibuch, ist ganz klar und dabei handelt es sich um eine Abschrift von einem Medicus Antimus, der um 511 oder 34 eben dieses Rezeptbuch zusammengestellt hat, hat komischerweise, also in der Abschrift, die wir haben, eben auch jüngere Rezepte mit drin und das war eine Sauarbeit, weil, also ich habe mal Paläografie studiert, habe dann aber erfolgreich nach zwei Semester abgebrochen und habe die Überbauforschung gemacht, super Entscheidung, aber soweit bin ich noch gekommen, dass ich dann eben hier im vierten Buch den Absatz gefunden habe, wo mir eben ein Rezept hat, das gegen Gicht helfen soll, ich habe es hier immer so vorgehoben und dann das Wort Canapa, also Hanf, auch nochmal extra hervorgehoben und das Rezept lautet folgendermaßen, ich sage jetzt schon mal, don't try this at home, du sollst getrocknete alte Lauchköpfe sieden und zwar in Wasser, wenn es lange gekocht hat, siedest du in diesem Wasser Hanfsamen und Hanfblätter, du siebst in weingekochte Wurzelstöcke von spitzblättriger Schwertlilie und wenn der Wein gekocht hat, zieh den Saft ab, koche Quellmerk und misch alles zusammen, streich jetzt als Breiumschlag warm auf, indessen nicht nur auf die Zehen, sondern in gleicher Weise auf die Füße, dann sammelst du Wurzeln von der Pflanze, die hubflattig genannt wird, so wie sie im Frühling hervorsprichst, kochst du sie mit Wasser auf Holzkohlen, putzt sie sorgfältig, reibst sie, streichst sie auf und bindest sie mit den Blättern derselben Pflanze fest, es ist ein wirksames Medikament. Gegen Gicht. Falls wir hier Pharmazeuten unter dem Publikum haben und ich weiß, wir haben genau eine Pharmazeutin, von der ich sicher weiß, dass du unsere Videos schaust, Miri, kannst du mir da mal bitte Rückmeldung geben, ob das wirklich was bringt, weil ich meine, Gicht ist doch irgendwo in den Knochen und wenn ich dann, gut, ich habe nichts gesagt. Jetzt gibt es natürlich auch andere Meinungen zum Hanf und also, wie soll ich sagen, ich habe zwischendrin noch einen, das ist nur so ein Satz vermerkt gewesen, ich konnte es nicht verifizieren, deswegen, ich erwähne es jetzt hier nur, macht damit, was er wollt, dass es wohl irgendwann mal eine päpstliche Bulle gegeben hat, 1483, die irgendwie Hanf verboten hätte haben sollen. Wir haben Historiker bei uns im Publikum, wenn ihr das schneller recherchieren könnt, schaut es bitte nach, weil ich habe, wie gesagt, ich habe das nur in einem Satz gefunden. Ansonsten gibt es aber auch andere Leute, die vor Hanf warnen. Wird weiterhin verwendet, logischerweise als Faserpflanze und auch als Heilpflanze kommt es immer wieder vor in Rezeptbüchern und hier haben wir jetzt mal einen Ausschnitt von Hieronymus Brunschwig aus dem Jahre 1500 von der Kunst der Destillierung und der schreibt eben, hier, es sind natürlich alles wieder so ein bisschen so gedichtig gemacht irgendwie, wohl ich manchen um das Leben gebracht, das böseste Teil und außer seiner Destillierung sind die Dolden, die, solange er jung und grün ist, gehackt und gebrannt werden. Das heißt, er sagt so, nee, 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 Hanf nicht rauchen, Hanf nicht rauchen, destillieren soll der den und er gibt dann auch gleich ein Rezept an, nämlich dass das Destillat, also dieses Hanfwasser dann als Heilmittel gegen Kopfschmerzen helfen soll und zwar direkt aufgetragen auf die Stirn und die Schläfen oder dann eben als nassen Lappen auflegen und zwar im Winter zweimal pro Tag und im Sommer dreimal pro Tag. So, das wäre so sein Hinweis, er sagt aber auch, bitte nicht rauchen und rauchen grundsätzlich schlecht für die Lunge, also das sagt er nicht, aber das sage ich euch jetzt irgendwie auch, ich bin kein Arzt, aber so weit, so schlau sind wir schon. Das heißt, wir haben eben eine weitgehende Nutzung von Hanf als Pharmaziepflanze erstmal nachweisbar. Wir haben weder archäologisch jetzt erstmal großen Hinweis drauf, dass es irgendwie so eine weitverbreitete Nutzung gab, noch dass es irgendwie aus Schriftquellen herauszulesen ist, dass sich irgendwie die Leute in der Stadt oder die Leute auf dem Dorf irgendwie abends statt einem Bier irgendwie, keine Ahnung, in den Join reingezogen haben. Auf den, wie gesagt, Rauchen grundsätzlich ganz, wie soll ich sowas dann nachweisen irgendwie, also wir haben diese Räucherschälchen irgendwie und dann wirklich Rauchen, Rauchen gibt es ja dann wirklich erst in der frühen Neuzeit, da haben wir auch ein Video dazu gemacht, das verlinken wir euch hier oben. Und wie gesagt, außer einer medizinischen Verwendung und einer Verwendung als Textilpflanze haben wir eigentlich überhaupt keine Hinweise. Wie würde ich denn dann Kiffen archäologisch nachweisen im Zweifelsfall? Und habe ich ja schon gesagt, Rauchutensilien, das heißt, ich hätte meinetwegen erhitzte Steine mit diesen Hanföl-Anhaftungen, wie sie eben der Herodot beschrieben hat oder wie wir sie im Pamir-Gebirge hatten, Tabakspfeifen zum Beispiel mit TBC-Resten, nicht TBC, oh Gott, THC-Resten, also irgendwas, was ich eben zum Rauchen von irgendeinem Material verwenden kann, haben wir jetzt aus dem Mittelalter halt gar nicht. Und in der frühen Neuzeit gibt es dann zwar Pfeifen, weiß ich jetzt aber halt nicht, also ob da überhaupt dann große Analysen gemacht werden, ob da jemand sich Hanf reingemacht hat. Also kann natürlich theoretisch sein, wenn ich mir jetzt 100.000 Tonpfeifen anschaue und da überall eine Spektrometer-Analyse drüber laufen lasse, dass ich dann vielleicht auch einen gewissen Anteil an Hanf habe. Kann sein, wissen wir nicht, im Augenblick müssen wir das dann an der Stelle mal offen lassen. So, wie kann ich aber Kiffen oder sagen wir mal Hanf-Konsum trotzdem noch anders nachweisen, archäologisch und zwar im menschlichen Körper und jetzt kommt, jetzt kommt der Artikel, warum ich überhaupt mich in dieses Thema reingesetzt habe. In Mailand wird 1456 das Hospitale Maggiore gegründet, also das große Spital, genannt Car Granda und das hat, das ist wirklich eine so unfassbar tolle Sache, das wird vom, vom, ja, Herzog von Mailand eben gegründet und ist eben zum einen natürlich ein, ein Krankenhaus, wo eben, Seelsorge und Krankenpflege und so weiter, wie in jedem anderen Spital eben auch gemacht wird, aber es ist halt auch ein totales Prestigeprojekt. so und deswegen baut er da halt nicht einfach nur so ein kleines Spital hin, sondern es ist eins der größten Spitäle überhaupt zu der Zeit und hat eine komplette Vorbildfunktion in Italien und in Europa für fast 500 Jahre, also es ist quasi sowas wie die Charité von Italien zu dem Zeitpunkt und da kommen eben auch Patienten dann aus ganz Europa, um sich da von den besten Ärzten Europas behandeln zu lassen, da werden neue Heilmethoden entwickelt und so weiter und so weiter, aber die haben natürlich auch die normale Belegschaft, wie man sie in einem Spital erwarten könnte, also irgendwelche ärmeren Bevölkerungsschichten, die eben da auch gepflegt und versorgt werden und man sieht schon auf den Abbildungen einmal von ich glaube 1712 ist die obere und die andere ist ein bisschen älter von der Innenansicht, also das ist schon palastartig, dieses ganze Spital und auf dem Friedhof, der eben auch zum Spital gehört, sind dann eben auch diese ganzen Leute bestattet, also die Reichen haben selbstverständlich wieder ihren eigenen Friedhof, aber die normale Bevölkerung und die Ärmeren werden eben dann da bestattet und die haben unter anderem auch eine Krypta dann gebaut und das Problem war jetzt mit der Krypta, wie die die gebaut haben, die war erstens relativ schnell voll und zweitens haben sie das Problem gehabt, dass da Wasser reinkommt und dann ihren eigenen Brunnen damit vergiftet oder nicht vergiftet, aber sie hatten da deutliche Probleme, das nächste war, dass durch diesen Wassereinbruch die Verrottungsprozesse nicht richtig gut funktioniert haben und das ist natürlich dann auch geruchsmäßig dann irgendwie nicht so toll, das heißt, die haben dann diese Krypta irgendwann nicht mehr benutzt und zwar gibt es die nur zwischen, also die Nutzungszeit dieser Krypta liegt zwischen 1637 und 1698, also so ungefähr 50 Jahre und die Schätzung, wie viele Knochen sich da drin befinden, liegt bei ungefähr zwei Millionen. Zwei Millionen Knochen, kann man jetzt durchrechnen, wie viele Knochen hat so ein Mensch irgendwie gut, da können jetzt auch Leute sein, denen eben vorher schon ein Bein abgenommen wurde oder sowas, aber ihr könnt euch jetzt ungefähr mal ausrechnen, wie viele Leute da wohl drin liegen und da gibt es jetzt seit 2021 ein Forschungsprojekt, was sich nur um diese Krypta kümmert und schaut euch das mal an bei Academia Edu, wenn ihr das mit dem Hospitale Maggiore mal sucht, da findet ihr zig Artikel, wo wirklich jede Disziplin, die es irgendwie gibt, an dieser Krypta rumschraubt, also die Archäologen, die Medizingeschichte, die Medizintechnik ist da mit dabei, da gibt es Anthropologen, Forensiker, Biologen, da ist wirklich für jede Fachrichtung ist da was gegeben, das Ding wird komplett einmal auf links gedreht, super geil, ganz, 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 ganz toll. Deswegen, wir haben es auch bei uns wieder auf der Literatur, auf der Webseite, Mattia et al, 2022, da geht es jetzt um den Artikel, um den ich mich jetzt kümmere, der hat aber noch andere Sachen geschrieben, Nachweis von Opium, super tolle Sache. Okay, jetzt haben wir schon festgestellt, da sind jetzt 2 Millionen Knochen in dieser Krypta und die sind irgendwie alle nur so in diesem 50-Jahres-Zeitraum, meint man, ist aber nicht so, sondern es gibt natürlich noch eine Störung, weil 1848, wir wissen, Norditalien hat irgendwie ein Problem damit, zu Österreich zu gehören und machen dann eben den Aufstand und dann haben sie ein bisschen das Problem, dass sie ihre ganzen Toten von diesem Aufstand, der eben niedergeschlagen wird, nicht unterbringen und schmeißen die dann trotzdem noch in die Krypta mit rein. Das heißt, wir haben theoretisch gesehen, Leute aus diesem 50-Jahres-Zeitraum im 17. Jahrhundert und dann eben noch ein paar von Mitte 19. Jahrhundert und dann eben 1943 gibt es einen Luftangriff auf Mailand und während dieser Bombardierung werden dann eben auch Teile der Krypta zerstört und will sagen, da könnten dann Neufunde dazugekommen sein oder eben auch tote Leute dazugekommen sein, die da eigentlich in dieser Krypta erstmal nichts zu suchen haben und was das für ein absolutes Chaos da unten drin ist, sieht man auf den Abbildungen, die ich jetzt hier mal reingestellt habe. Das obere ist eine Fotogrammetrie von Raum D2, dieser Krypta, also es gibt mehrere Räume und die sind eben, wie man es sieht, so, also wie in so einem Messie-Haushalt, links und rechts sind da diese Knochen so gestapelt und natürlich inzwischen durch, habe ich ja gesagt, zum Beispiel Bombenangriff, ziemlich durcheinander geraten und die untere Abbildung ist dann eine 3D-Rekonstruktion dieser Kammer D2 und da wollen die sich durchgraben. Also wir machen ja auch Gräberfelder und Friedhöfe und so weiter. Ich möchte es nicht machen und das ist ja auch noch alles unterirdisch, du hast ja kein Tageslicht, du musst dann irgendwie die künstliche Luftzykulisation noch reinführen. Boah! Größten Respekt für die Kollegen, die da unten arbeiten müssen. So, zurück zu unseren Kifferknochen. Wir haben, wie gesagt, schon mal eine, so eine Untersuchung in dieser Krypta gemacht, wo eben dann unter anderem Opium nachgewiesen wurde, unter anderem in der Hirnmasse von den Toten. Ich habe ja schon gesagt, die verrotten nicht so gut da unten. Und jetzt haben sie dann eben versucht, okay, wie können wir denn aus anderen Körperteilen auch noch, ja, Substanzen nachweisen und haben gesagt, so Mensch, probieren wir es doch auch mal mit dem Oberschenkelknochen, weil da haben wir eben ganz viel Material einfach, also wir haben eben die Kompakta, also das glatte Zeug außenrum und dann die Sponchiosa irgendwie, das Fluffige innen drin. Da haben wir genug Material, dass wir eben mit möglichst wenig Verseuchungspotenzial da eben Proben rausziehen können und haben dann eben von diesen zwei Millionen Knochen aus dem Haufen mal neun Proben entnommen, das sind sieben männliche und zwei weibliche und haben die dann auch direkt vor Ort beprobt, einfach um zu verhindern, dass nicht aus Versehen, man nimmt jetzt den Knochen raus, dann fährt man mit dem Stadtbus eben ins Labor und neben einem sitzt einer, der dann warum auch immer seine Knochen mit THC verseucht das heißt, sie haben die Knochen dann auch direkt vor Ort beprobt, diese Proben dann sauber verpackt und steril und so weiter und luftdicht und dann ins Labor gebracht und parallel dazu haben sie die auch nochmal C14 datiert, damit wir nicht aus Versehen jemanden von 1848 oder 1943 erwischt und die sind auch alle einwandfrei, das heißt, die passen alle in diese Kryptabelegungszeit, haben diese Proben eben dann aufbereitet, auch das wird sehr schön beschrieben in dem Artikel und dann eben die Analyse nach den aktuellen toxikologischen Richtlinien, wie man sowas halt macht, also wie man auch zum Beispiel bei einem Tatort die Toxikologie machen würde, wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, war die Leiche besoffen oder was auch immer, nach diesen Richtlinien, wie man eben auch gerichtsfest quasi eine Knochen untersuchen würde, so haben sie es gemacht und das Ergebnis ist dann, zwei von diesen neun Proben, also 22% ergaben dann CBD, also dieses Abbauprodukt von THC. Das ist überhaupt das erste Mal, dass in menschlichen Skelettresten so Cannabis-Abbau-Produkte überhaupt nachgewiesen werden konnten, also einfach, weil die Methode so noch nie angewandt worden ist und jetzt ist dann hier halt die Frage, wie kommt denn dieses THC oder dieses CBD dann überhaupt in die Knochen rein und welchen Aussagewert hat denn das jetzt? Also wenn ich von zwei Millionen Knochen neun Knochen rausnehme und zwei davon haben dann THC drin, das sind natürlich, zwei von neun sind dann so, 22%, wie gesagt, so Pi mal Daumen, heißt das dann, dass 22% der Leute in Mailand oder in diesem Krankenhaus irgendwie THC konsumiert haben oder, also es ist halt absolut nicht repräsentativ, aber wir haben jetzt zumindest schon mal einen Hinweis, dass es diese Technik gibt und dass die funktioniert und dann ist es trotzdem noch weiter in die Frage, ja wie kommt denn dieses THC überhaupt in den Körperhaltung? Das heißt natürlich, ja ich kann es rauchen, ich kann es als Tee trinken, ich kann Plätzle machen irgendwie, fahrt alle mal nach Holland, das ist unfassbar, was es alles für Techniken gibt, wie man dieses Zeug da in sich reinkriegt. Natürlich sind wir ja auch noch in einem Spital. Da kann es natürlich auch sein, dass das halt einfach als Medikament dann verwendet wird, ist ganz klar. Man kann es aber tatsächlich auch einfach durch längeren Gebrauch von Hanffasern oder Hanfprodukten in sich aufnehmen. Das heißt, wenn jetzt da einer von diesen armen Leuten, die da eben arbeiten, in einer Hanfseilerei arbeitet und seinen Lebtag lang eben mit Hanf rumgewurschtelt hat und das halt über Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte macht, dann kann der trotzdem eben das THC über die Hände, über kleinere Wunden aufnehmen und die reichern sich dann halt in den Knochen auch an. Das kann theoretisch auch sein. Jetzt ist natürlich die Frage, also sehr wahrscheinlich ist es natürlich als Medikament in die Leute reingekommen und das Schöne ist an diesem Cargrande, Cargrande, dass die eben auch eigene Arzneibücher haben und da ist eben sehr genau aufgeschrieben, welche Medikamente verteilen wir, wie wir ihnen hergestellt, in welchem Fall wird was gegeben und in keinem Fall, das ist wirklich eine durchgehende Reihe, in keinem Fall verwenden die Hanf. Und jetzt ist natürlich die Folgerung da, ja, haben die vielleicht als Freizeitvergnügen sich ab und zu mal einen Joint gegönnt, wenn man da schon im Spital liegt? Einfach so ohne ärztliche Auflage, einfach so? Oder haben sie sich einfach selber, ja, behandelt, also Selbstmedikation betrieben, warum auch immer, keine Ahnung, weil sie das Opium nicht haben wollten, dass es eben ein Spital gibt? Oder war es zu wenig? Man weiß es nicht. Haben die vielleicht einen Arzt gehabt, der gar nicht an dem Spital gearbeitet und auch sonst keinem Spital, sondern keine Ahnung, irgendein Arzt, der eben in der Stadt gearbeitet hat, warum auch immer und der hat es dann verschrieben? Man weiß es nicht. Oder haben die vielleicht einfach langfristig mit Hanf gearbeitet? Denn das gibt es tatsächlich auch, dass wenn jemand über Jahre, Jahrzehnte mit Hanfprodukten arbeitet, also in der Seilerei meinetwegen, und wird dann eben diesen Hanf ausgesetzt, dass ich dann eben auch trotzdem, ja, Hanf-Nebenprodukte, also sowas wie THC oder T, ihr wisst schon, das Abbauprodukt, eben im Knochen anreichern kann, anreichern kann. Und deswegen bleibt es eben eine recht schwammige Sache und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe jetzt immer mich sehr auf dieses ganze pharmazeutische konzentriert und habe aber ganz viel weglassen müssen, was ich eigentlich ursprünglich mit reinnehmen wollte, weil Hanf offensichtlich, ja, konsumiert wird als zum Beispiel eben Medikament, als zum Beispiel religiöses Handlungsinstrument, aber die absolut überwiegende, wichtigste Eigenschaft von Hanf ist eben die Textilproduktion und die habe ich jetzt einfach komplett weggelassen. Das Video ist jetzt eh schon lang genug, deswegen tut es mir jetzt leid und als Teaser und vielleicht interessiert es den einen oder anderen hier ein Bild, was ich gerne nochmal genauer besprechen würde und eben auch die ganze Herstellungstechnik, das sind jetzt Wandteppiche aus einem Hanfleinengemisch aus Skandinavien im 10. Jahrhundert und wie gesagt, die Textilproduktion ist halt für Hanf eigentlich die raison d'etre und da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen, auch wie man eben Hanfproduktion nachweist oder Hanfanbau nachweist, weil das eben dann zum Beispiel Auswirkungen auf die Gewässer außen rum hat und teilweise echt unweltschädlich ist, zumindest so wie es eben damals betrieben wurde, wie es heute ist, keine Ahnung. Wir haben über Seile nicht gesprochen, wir haben über das Tuch noch nicht gesprochen, wir haben über das Garn noch nicht gesprochen, das sind alles Sachen, die man theoretisch sich nochmal anschauen könnte und wenn es euch interessiert, reiche ich das gerne nach als Video, weil, was haben wir denn bisher, wir haben ja den Hanf nur angekratzt, was haben wir denn bisher gehört? Den Hanf gibt es seit der Vorgeschichte eben in Europa, es ist hauptsächlich eben ein Werkstoff für die Textilproduktion und in einem geringeren Maße dann eben auch für die Lebensmittelproduktion, also zum Beispiel Hanföl. es ist einfach nur eine Arzneipflanze unter vielen und im Mittelalter und in der Neuzeit geht dann eben der Gebrauch davon auch stärker zurück, also wir haben jetzt gerade das Lorcher Arzneibuch gesehen, da gibt es von 450, 452 Rezepten genau ein einziges, wo Hanf drin vorkommt und hunderttausende andere Bücher, Rezepte eben auch, aber Hanf ist eben einfach nur eine von vielen Pflanzen, die verwendet werden und die nicht mal besonders oft, das heißt der Nachweis vom Cannabiskonsum in breiter Masse als freizufügen ist eben einfach so nicht möglich, man kann das so nicht nachweisen, das ist eben zum einen archäologisch schwer zu fassen, wir haben aber auch keine Schriftfällen, die in irgendeiner Art und Weise uns das sagen, außer dass dann eben im Jahr 1500 er sagt so, ja bitte nicht kiffen oder bitte nicht rauchen, aber gut, ein Hinweis für 2000 Jahre und wenn mich sowas eben nachweisen wollen würde, müsste ich eben massenweise Menschenknochen analysieren, um dann eben einfach Fehlfaktoren ausscheiden zu lassen, also wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden habe, von dem ich sicher sagen kann, okay, der hat in seinem Leben niemals in der Seilerei gearbeitet, weil das ist jetzt keine Ahnung, die Patrizia Gruft, ist jetzt egal, in Nürnberg ist jetzt egal und ich habe da überall THC drin oder keine Ahnung, bei 22% THC drin, da könnte ich sagen, ja, dann haben wir vielleicht doch die kiffenden Kaufleute, dasselbe wäre es dann auch mit den breiten Bauern und Mönchen mit Munchies, man müsste eben dann immer noch ausschließen, ob das jetzt irgendwie eine Medikation ist und das würde dann eben über die Masse gehen, weil halt nicht jeder Gicht hat, Gicht könnte man dann zum Beispiel auch am Skelett nachweisen, fällt mir gerade ein, aber okay, das heißt, die Frage, gibt es im Mittelalter eine High Society? Eher nicht, eher nicht, also die Hinweise darauf sind so schwach, dass diese Ausrede leider nicht mehr zählt, jugendlicher Sohn einer Besucherin von vor 15 Jahren, das hast du jetzt davon, eine elaborierte Antwort, Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das nächste Video zum Beispiel über Hanfproduktion nicht verpassen wollt, teilt das Video mit allen Leuten, die, keine Ahnung, zu viel kiffen oder zu wenig, das überlasse ich euch, einfach Leute, die sich dafür interessieren könnten, nächste Woche kommen wir wieder mit einem anderen Thema und dann wird es bestimmt auch super krass und ganz toll, Literaturliste nicht vergessen, die freuen sich alle, wir sehen uns beim nächsten Mal, Servus!